Und deswegen mussten wir eine größere Runde racen. Und da hatten wir damals einen Lead-Investor und der ist dann abgesprungen. Founders League, die Plattform für Startups. Der Podcast für Gründerinnen und Gründer. Moin, moin, moin. Wieder eine neue Folge von der Founders League und ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt aus eigener Erfahrung, denn ich bin Rennradfahrer und als Rennradfahrer ist man immer darauf angewiesen, dass der Rennradschuh perfekt sitzt, weil sonst fährt man einfach scheiße Rad und das merkt man tatsächlich auch in allen Gelenken und überall, wenn das nicht richtig sitzt. Und Vermessung ist dabei wirklich ein großes Thema. Nicht nur zur Retourenvermeidung, was das zweite Megathema ist, was mich natürlich aus ökologischer Sicht interessiert, aber erstmal natürlich aus sportlicher Sicht. Und darum bin ich unglaublich glücklich, dass mir Matthias gegenüber sitzt und Matthias ist von Footprint Technologies oder Footprint, wie du es am liebsten genannt hast, sitzt mir gegenüber. Du bist der Founder und erklär mal, was ihr macht und was ihr tut und warum du hier bist. Ja, vielen lieben Dank, Markus, dass wir heute hier die Chance haben zu reden. Ja, Footprint Technologies, wir haben vor drei Jahren das Unternehmen gegründet, weil ich selbst immer das Problem hatte, den richtigen Schuh zu finden. Und was wir heute machen ist, wir enablen Leute mit ihrem Smartphone zu Hause, ihren Fuß hochpräzise zu vermessen und dann eine Schuhgrößenempfehlung zu bekommen, die tatsächlich passt. Und damit verhindern wir Retouren im Online-Schuhhandel, aber helfen natürlich auch Menschen, dabei den richtigen Schuh zu finden und dann solche Sizing-Issues, wie du sie gerade angesprochen hast, beim Rennradfahren eben genau zu vermeiden. Mega cool. Und ihr habt euch als allererstes das Kinder-Segment herausgenommen. Genau. Wir haben 2019 gegründet, ne? Richtig? Genau. Sag mal kurz, was du vorher gemacht hast, bevor wir zurückkommen. Genau. Also ich habe ursprünglich mal Umweltingenieurwissen studiert, schon vor 20 Jahren. Also ich bin so ein Sustainability-Guy. 40 ist er übrigens, wenn ihr euch fragt, wie alt ist er eigentlich? 40, ja. Genau. Also meine Lebensthematik ist es, Technologie einzusetzen, um Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Und ich war dann erst zwölf Jahre in der Autoindustrie. Ich war bei Audi, habe acht Jahre lang dort Verbrennungsmotoren entwickelt, um Verbrauch zu reduzieren, habe dazu auch promoviert. Also war da wirklich deep in der Technologie. Cool. Und was machst du, Rennrad oder Joggen? Mountainbiken. Mountainbiken. Und du siehst ja unglaublich sportlich aus, darauf reich. Ja, heute früh war ich erst am Indoor-Rowing. Das heißt, normalerweise drei- bis viermal pro Woche sitze ich am Water-Rower und zwischendurch halt noch Fahrradfahren. Ja, cool. Genau. Also ich war lange in der Motorenentwicklung und hatte dann bei Audi die Chance bekommen, die Denkwerkstatt aufzubauen. Also eine Einheit, die dazu da war, neue digitale Geschäftsmodelle im Bereich Mobilität aufzubauen. Und das habe ich dann fast fünf Jahre lang gemacht. Bin dazu nach Berlin gegangen und habe dort auch meine heutigen Co-Founder kennengelernt. Ja, und dann 2020 war für mich die Zeit gekommen. Wir hatten Footprint schon ein Jahr gegründet. Ich war so nebenbei mit drin. Meine Co-Founder waren dann beide schon Vollzeit drin. War das deine Idee oder von denen die Idee? Es war meine Idee, genau. Aber ich war halt noch hier in führenden Positionen im Großkonzern und konnte da auch nicht so schnell raus. Und da kriegt man wahrscheinlich auch scheißend viel Kohle, oder? Verdammt viel im Vergleich zum Gründertum. Genau. Und ja, deswegen bin ich dann 2020 Vollzeit eingestiegen, habe also meinen Konzernjob an den Nagel gehangen. Und ich muss sagen, es war vorher toll, ich war nicht unglücklich, aber ich bin jetzt umso glücklicher, weil ich jetzt den Eindruck habe, dass ich jeden Tag wirklich einen Impact leiste. Und wenn ich einen Tag über richtig Gas gebe, dann sehe ich abends ein Ergebnis, weil wir als kleines Team natürlich dann schneller vorwärts kommen. Verheiratet oder Single? Oder Freundin? Vergeben. Vergeben, ja. Und Kinder? Nein, noch nicht. Und ja, okay. Weil ich frage nur deshalb, wegen der Risikobereitschaft. Weißt du, ich meine, du hast ja deinen, wir haben ja gesagt, scheißend viel Kohle, hast du weggeworfen für ins Gründertum. Und ich meine, du wirst jetzt, das ist nicht blöd, das kann man in jedem Alter machen, ich beteilige mich ja auch noch in meinen Startups. Aber ich verstehe schon ganz genau, als ich damals meinen Job aufgegeben habe und mein erstes Unternehmen zu gründen, das tat schon ziemlich weh. Und da habe ich nur gedacht, okay, ich war 24, wenn ich das komplett vergeige, dann arbeite ich halt danach wieder in was anderem. Wie war das bei dir? Hat das ein bisschen Angst gemacht oder gar nicht? Also das war natürlich ein wichtiger Grund, weil irgendwie war klar, die ersten Jahre werde ich im Gehalt um Faktor 4 oder 5 nach unten gehen müssen. Und das ist natürlich schon krass. Aber das war mir dann in dem Moment irgendwie egal, weil ich daran geglaubt habe, dass die Idee halt wirklich durchstarten kann und dass wir als Team auch richtig durchstarten können. Und ja, ich hatte dadurch ein paar Rücklagen, dass ich jahrelang gut verdient habe und dadurch war es mir dann am Ende egal. Ja, aber egal ob du Rücklagen hast oder nicht, das ist unglaublich cool und wirklich zieht den Hut vor dir. Und das meine, ich möchte jetzt gar nicht opportunistisch sein, aber ich möchte dafür immer werben, denn ich liebe es, wenn man alles gewinnen will, muss man bereit sein, alles zu riskieren. Und manchmal nervt mich da heute, dass man immer denkt, man muss vom ersten Tag an alles wiederkriegen und man ist nicht mehr bereit, so teilweise das Investment zu gehen. Und darum mega großes Kompliment an dich. Okay, also ihr habt das alles gemacht. Du bist dann mit rein. Die beiden waren schon Vollzeit da. Genau. Ja, und dann haben wir letztendlich, also wir hatten im Gründerteam die Konstellation, dass wir keinen wirklichen Techie dabei hatten. Also meine beiden Mitgründer, Caroline und Muhammad. Caroline hatte keinen Tech-Background. Es war von Anfang an klar, dass sie eher im Business unterwegs ist. Und bei mir ist es auch so, ich bin zwar Ingenieur, aber ich habe von Software keine Ahnung. Der einzige von uns dreien, der Software-Erfahrung hatte, war Muhammad, aber hat dann irgendwann auch erkannt, dass er nicht so tief in der Technologie drin ist, wie man es in der Computer Vision eben braucht, um auf einem Blatt Papier einen Fuß zu erkennen und genau zu ermitteln, wie groß der ist, egal ob ein Schatten da ist oder nicht und so weiter. Und deswegen haben wir als ersten Mitarbeiter damals einen Computer Vision Engineer eingestellt. Und der ist bis heute bei uns und ist letztendlich das Zugpferd hinter unserer Entwicklung. Inzwischen haben wir ein CTO, wir haben ein Tech-Team von neun Leuten und sind in Summe 15 Leute. Also das heißt, wir sind wahnsinnig gewachsen. Aber der Kern war letztendlich dieser eine Computer Vision Engineer und wir drei Founder und darum ist alles gewachsen. Ja, krass. Und hattest du zwischendurch mal Angst und dachtest, scheiße, das geht völlig daneben? Ja, hatte ich tatsächlich, als wir, also wir haben erst eine kleine Angel-Runde gemacht, also Friends and Family, bei der dann auch zum Beispiel meine Eltern mit rein investiert haben. Was haben deine Eltern gegeben? Das waren damals 25.000 sowas. Sind das Unternehmerinnen und Unternehmer? Also das war für die als Sicherheitsmenschen eine richtig krasse Ansage? Genau. Also das war für die auch ein großer Sprung. Und ich habe auch noch so aus meinem, meine ehemaligen Chefs zum Beispiel haben auch mit rein investiert. Mein Steuerberater hat mit rein investiert und so weiter. Also ich habe da mein ganzes persönliches Netzwerk mit reingebracht und das hat natürlich auch einen Druck dann aufgebaut, wenn du deine Investoren so gut kennst und die nicht enttäuschen wirst. Ich habe meine Eltern zum Beispiel nur einmal bisher, das ist gar nicht vergleichbar, aber mit einem Vortrag genommen, weil ich das total nervös machen würde, wenn die beiden dann noch nervöser als sonst drin sitzen würden und du hast sie gleich ins Unternehmen geholt. Weißt du, das ist schon, ja, weil die wissen ja auch, wie sie dich triggern können und Ja, die sind da zum Glück sehr entspannt und lassen mich machen und haben da Vertrauen. Und ja, okay, jetzt hast du das Ganze gemacht. Warum? Die Frage war ja, wann ging es mir auch mal schlecht damit? Und dann, also nach dieser ersten Angel-Runde, dann war klar, okay, wir müssen das Team aufbauen, weil halt irgendwie der Weg bis so ein Tech-Produkt wirklich marktreif ist, das dauert. Und das ist uns auch auf dem Weg immer mehr bewusst geworden, dass wir nicht in einem Jahr vor Kunde sein werden, sondern dass es eher, da kam noch Corona-Pandemie dazwischen und wir konnten nicht so in Outlets testen und mit Menschen testen, wie wir das gern gemacht hätten. Und deswegen mussten wir eine größere Runde raisen. Und da hatten wir damals einen Lead-Investor und der ist dann abgesprungen. Ja, scheiße. Und da habe ich damals wirklich schlecht geschlafen, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Also der hat zugesagt, aber dann doch nicht durchgezogen. Genau, also der hat uns eine Zusage gegeben. Wir waren im Investment-Komitee und dann sind die nach dem Investment-Komitee doch noch abgesprungen. Ja, kenne ich. Ist mir auch schon passiert. Das war damals eine Riesenenttäuschung und dann mussten wir halt umstellen. Wie viel wollte er geben? Der wollte damals, boah, ne, 700.000, glaube ich. Ja, krass. Also der hätte quasi die komplette Runde allein gemacht und dann mussten wir halt umstellen auf Business Angel. Und heute haben wir in Summe 2,1 Millionen geraced von in Summe 20 Business Angels. Ja, daher kommt ja auch der Spruch, im Münsterland sagt man immer, ich habe schon Pferde kotzen sehen, weil Pferde nicht kotzen können. Ich habe mir das nicht ausgesucht, also sorry für das Kotzen, aber das ist so der Spruch, der heißt aber so. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte, dass dieser alte Spruch, solange die Tinte nicht trocken ist, sucht weiter und ich glaube auch gerade als Gründerin oder Gründer ist es immer ganz wichtig, dass man sich da nicht zu sehr freut und zu früh, sondern immer weitermachen. Okay, und weitermacht. Jetzt habt ihr, mal kurz, damit wir eben schneiden können, so und dann habt ihr 2,1 Millionen bekommen. Genau, in Summe haben wir jetzt auf drei Runden aufgeteilt, drei Angel-Runden, dann 2,1 Millionen geraced. 15 Menschen seid ihr heute? Wir sind heute 15 Leute, ja. Cool. Genau. Also schon ein richtiges Team, was letztendlich alle wichtigen Herausforderungen in unserem Business abbilden kann. Und jetzt sind wir auch in Vertrieb eingestiegen und gehen jetzt so richtig mit unserem Erwachsenenprodukt in den Markt. Vertrieb, was heißt das für euch? Seht ihr zu, dass ihr wie Klana Kauf auf Rechnung bekannt beim Endverbraucher macht und dann in den Online-Shop sagt, integriert uns oder ist euer Vertrieb, dass ihr die Online-Shops oder die stationären Händler gewinnt? Genau, unser Vertriebsmodell ist komplett B2B. Das heißt, wir gewinnen den Online-Händler. Also unser Wertversprechen an den Online-Händler ist, wir senken deine Retourenquote und die damit verbundenen Kosten. Und wie viel? Das hängt ganz vom Online-Shop ab, aber zwischen 5 und 25 Prozent ist durchaus realistisch. Ja, krass. Genau. Und für jede Retoure, die wir einsparen oder jede Empfehlung, die wir geben, kriegen wir eine Transaktionsgebühr. Und dadurch ist es für den Online-Shop halt auch risikofrei. Wenn unser Service nicht genutzt wird, zahlt er nichts. Und wenn er genutzt wird, dann gibt er einen Teil von seiner Einsparung ab. Und ihr müsst ja wissen, eine Retoure im Schuhhandel kostet zwischen 8 und 12 Euro ohne das Produkt. Alleine wieder mit Einlagern und so weiter. Und damit man nochmal so eine Vorstellung hat, da reden wir also schon über richtig Kohle. Genau. Und im durchschnittlichen Schuhhandel in Deutschland ist die Retourenquote 50 Prozent. Auf den Plattformen, ich glaube der Spitzenreiter ist Zalando, der liegt eher mal bei 70 Prozent, wenn man den einschlägigen Studien glauben darf. Und drei Viertel davon sind größenbedingt. Das heißt, da kann man was machen. Und für Eltern natürlich ein ganz krasses Game Changer, finde ich. Also für die Kinder, da sorgt man sich ja noch mehr, weil du selber merkst, ob der Schuh drückt oder nicht, aber dein Kind. Und ja, finde ich schon mega. Okay, ihr habt ja den ersten, welcher war der erste Shop, wo ihr drin hattet? Der erste Shop, in dem wir drin waren, ist ricosta.de, also der Markenshop direkt vom Hersteller. Haben wir uns ja eben noch zusammen angeguckt. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Das war ja auch ein geiler Feiertag für euch wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Das war mega, als wir damals live gegangen sind und das war auch mitten in der Herbstsaison. Das heißt, da kamen auch richtig viele Bestellungen. Das Kindergeschäft ist sehr zyklisch. Das heißt, es gibt im Herbst einen Peak und im Frühjahr und dazwischen ist relative Flaute in dem ganzen Markt. Aber es ist natürlich mega, dass wir den Marktführer in Deutschland gewonnen haben und ja, dass wir bis heute mit dem arbeiten. So, du hast gesagt, Länge, Breite und Fußform erkennt ihr, richtig? Genau. Und ihr macht das ja noch, ihr nutzt ja noch gar nicht alle Technologien, die das Handy bietet, ne? Ihr macht das bisher, erklär mal kurz euer Prinzip. Genau. Also wir arbeiten heute nur mit der optischen Kamera des Handys und wir arbeiten nur mit einer Mobile-Version. Das heißt, es läuft alles im Browser, sodass du es direkt aus dem Online-Shop starten kannst. Das heißt, die Kamera wird auch direkt aus dem Web-Browser angesprochen und dadurch funktioniert es halt wirklich auf jedem Telefon. Egal, ob es ein fünf Jahre altes Android oder ein neues iPhone ist, es funktioniert immer. Und natürlich jeden Tag gibt es neue Software-Features bei Android und bei iOS. Und jeden Tag gibt es jedes Jahr gibt es neue Sensor-Features. Die Sensoren werden immer besser, die Bandbreiten an Daten, die man übertragen kann und so weiter, steigen. Also da wird noch einiges kommen und früher oder später werden wir den Fuß komplett in 3D erfassen. Was sagen GERDs und Co. alle dazu? Also alle... Oder Intersport? Also alle Online-Händler, die verstehen das Problem sofort. Bei dem Business-Modell, das wir jetzt haben, was also komplett risiklos ist, also keine Grundgebühr, keine Integrationsgebühr, rein transaktionsbasiert, das kommt auch sehr gut an im Markt. Das wichtigste Thema ist meistens, wie hoch ist der Integrationsaufwand für den Shop? Und den haben wir schon maximal nach unten geschraubt, sodass sie nur noch testen müssen und innerhalb von einem Tag live gehen können. Alles andere machen wir. Also wir haben so im Booking.com-Style versucht, also alle Aufwände auf unsere Seite zu bringen und für den Kunden es so leicht wie möglich zu machen. Aber trotzdem gibt es da einige Hürden und das ist meistens die Kapazität in der IT. Also die meisten sagen halt, ja, wir wollen in drei Monaten unser Shop-System umstellen, deswegen haben wir keine Zeit dafür und dann redest du in drei Monaten wieder, dann hat es sich doch verzögert, dann dauert es noch mal ein paar Monate. Also der Sales-Zyklus ist wirklich lang, aber ich glaube, das ist in jedem Business so. Also ich bin ein großer Fan von euch und finde das ein super wichtiges Thema. Wie es macht, ist cool. Ich hätte nur eine Sache, was ich anders machen würde. Ich persönlich würde, verstehe das mit B2B und auch für den Aufschlag, ich würde relativ schnell ins B2C wechseln. Und ich würde, dass der Kunde wie Tempo, dass ihr das für Vermessung, das Tempo der Vermessung seid. Oder wie Paypal als Zahlungsmittel, weißt du, dass der wie, und da würde ich zusehen über TikTok, über Insta, ich bin in eurem Bereich mit Sicherheit auch mega stark, selbst bis Facebook und gut nutzbar. Und die können das auch gut vom Storytelling, glaube ich, einfach erzählen. Und das würde ich machen, sagen, weil ich bin mir sicher, die werden es noch schneller einbinden. Wenn der Druck da ist. Ja. Und da würde ich wahrscheinlich mit der nächsten Investorenrunde 50.000 pro Monat mindestens investieren, um beim Endverbraucher schneller auf diesen Social-Media-Kanälen bekannt zu werden. Und aus diesem Ding, dass es wie eine Zahlungsart ist, es ist die Fußvermessungsart und das würde ich dann in den Handel reinbringen. Ja. Also es ist wichtig, es ist witzig, dass du diese Paypal, diesen Paypal-Vergleich machst, weil wir positionieren uns auch immer als Paypal für Shoe-Size-Recommendation, weil wir genau das werden wollen. Also der Button, der in jedem Schuh-Online-Shop vorhanden ist und dem du vertrauen kannst, egal in welchem Schuh-Shop du gerade unterwegs bist. Ja. Ich fände das ganz interessant. Ich habe ja nicht so oft in meinem Studium aufgepasst, aber so ab und zu. Und ich fand das ganz interessant von Intel Insight, die damals als erster Chip-Hersteller an den Endverbraucher gegangen sind. Und daraus dieses Intel Insight entstanden ist und plötzlich PCs danach gekauft wurden, ob da ein Intel-Chip drin war oder nicht. Und so sehe ich das bei euch auch. Und ich glaube, weil sonst seid ihr immer gefangen in der Macht der Händler. Und das würde ich nicht machen. Ich würde immer die Machtverhältnisse umdrehen. Nicht, dass man, weil dann kannst du Augenhöhe erzeugen und sonst nicht. Ja. Ja, ist natürlich ein total valider Punkt. Also wir merken auch, es ist natürlich ein Plattform-Game. Die großen Multi-Brand-Händler, die fragen alle, welche Schuhmarken hast du denn schon? Wir brauchen ja die Schuhdaten, damit wir die Schuhe richtig empfehlen können. Und umgekehrt, die Schuhmarken fragen alle, welche Plattformen hast du denn schon? Und so hangeln wir uns halt vom Kleinen zum Mittelgroßen irgendwann mal zu den Großen hoch. Aber vielleicht ist das ein guter Ausbruch aus diesem Teufelskreis. Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil dem Kunden dann egal sein, also der hat ja einmal, eigentlich müsste er das bei euch einmal hinterlegt haben. Genau, also als Erwachsener scannst du bei uns einmal den Fuß, hast dann deinen Footprint-User und du kannst dich überall einloggen, wo du Schuhe kaufst und kriegst überall deinen Lieblingsschuh, den du gerade kaufen willst, in der perfekten Größe empfohlen. Du solltest auch Avena mal anrufen, das gehört zu Valvush. Das ist so deren, ich glaube sie heißt in Avena, die haben richtig coole, weil Halux ist ja ein großes Thema und auch bei Füßen, diese Fußverformung, die du im Alter kriegen kannst und die machen deinen Gesundheitsschuh und damit ist das ja auch perfekt zu passen. Und die sind als Online-First-Unternehmen natürlich super erfahren und super offen. Valvush selber agiert auch, Christian Busch auch als Investor und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein spannender Case ist. Dann finde ich das für die Intersport natürlich auch mega spannend, die ja auch schon fast 100 Millionen online machen und damit auch schon eine gewisse große Ordnung haben, die das bis in die Filiale reinbringen können. Und ich sehe da so viele spannende Ansätze und erinnere mich mal danach nach dem Podcast, dass ich dich mit Valvush vernetze. Super. Bist du mit Intersport schon vernetzt? Mit Intersport? Nee, noch nicht direkt. Dann vernetze ich dich auch da mit Intersport, mit Carsten Schmitz, das ist der CDO. Und dann sprichst du mal und dann guckst du mal, was da rauskommt. Was sind eure nächsten Herausforderungen? Ja, die nächsten Herausforderungen sind jetzt quasi in viele Shops reinzugehen, das Erwachsenensegment gut zu besetzen und zu gucken, in welchem Schuhsegment wir am besten funktionieren. Das ist unsere große Challenge. Also ich vermute, dass wir in dieser Sustainable Sneaker Ecke wahnsinnig gut funktionieren werden und dann natürlich Outdoor- und Wanderschuhe, weil dort die Kunden sehr hohe Awareness für CO2 haben und sich dann auch Gedanken machen, will ich wirklich eine Retour erzeugen oder kann ich die irgendwie verhindern? Und da vermuten wir, dass das nach dem Kindersegment so die nächsten Segmente sind, die für uns richtig gut funktionieren. Ich finde das voll interessant, wie du denkst, weil du denkst, dass der CO2-Impact das entscheidende Argument ist. Ich glaube, das interessiert keine Sau. Ich glaube, das ist Nebeneffekt. Der Kunde ist an der Kasse der größte Lügner. Wenn du im Laden interviewst, was ist ja am wichtigsten, ja, dann wird der sagen, alles klimaneutrale. Wenn er an der Kasse ein Euro mehr dafür zahlen soll, geht ihm das schon wieder am Arsch vorbei. Und das war auch schon vor der Energiekrise so. Darum gibt es auch von Gerrit Heinemann diesen berühmten FAZ-Artikel, der Kunde ist der größte Lügner an der Kasse. Und so glaube ich das hier auch. Ich würde immer eher denken, was ist der größte, was ist das größte Ding? Das größte Ding ist Wanderschuhe und überall, wo du eine gute, wo du einfach bequem laufen musst. Wenn du bei Sneaker zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, die passen eigentlich sehr häufig, weißt du, weil sie teilweise breiter geschnitten sind und teilweise auch nicht. Aber das heißt, da sehe ich gar nicht so den großen Need. Ja, wo siehst du ihn? Ja, Wanderschuhe, Sportschuhe, diesen ganzen, also wo die Passform noch entscheidender ist. Bei Kinderschuhen ist es logisch, weil von den Eltern heraus und das heißt, wahrscheinlich würde ich, würde gucken, ich würde get big oder get big, das heißt, du probierst zeitgleich mit massiv Kohle alle Segmente zu erschlagen, das get big, or get specialized, das heißt, du gehst spezialisiert davor, das wären zum Beispiel Wanderschuhe, Running oder whatever. Oder get or get out. Das heißt, du machst nichts von dem und bist auf der Pleite. Und das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ihr aus dem größten Need, also nicht CO2 einspannt, sondern der größte Need vom Fuß und da rollt ihr aus und alles andere macht ihr erstmal nicht. Wenn ihr das bewiesen habt, macht das nächste und nächste und nächste. Ja, also Sportsegment ist natürlich wahnsinnig spannend. Wir sprechen auch mit einigen großen Sportartikelherstellern. Das dauert natürlich ziemlich lange, aber könnte auch ein Segment sein, was gut funktioniert. Aber ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Gedanke, von der Seite nochmal zu priorisieren. CO2 und Reduzierung, also man darf auch nicht vergessen, dass diese CO2-Reduzierung ist ein ultra wichtiges Thema, eines der wichtigsten überhaupt. Aber eigentlich sagt das gerade schon jeder. Das heißt, auch kommunikativ damit noch durchzukommen, ist auch schon schwierig. Aus der Logik muss man es ja auch sehen. Das Zweite ist Retourenvermeidung. Retourenvermeidung bedeutet ja, dass die Firma Kosten sparen kann und der Kunde Stress. Genau, 32 Minuten im Schnitt. So, und dann guckst du, wo du, welches würde ich in der Kategorie anfangen, wo der, entweder der Need wie Sport oder die größte Retourenquote ist. Und dann würde ich gucken, wie komplex, nachdem ich das geklärt habe, würde ich gucken, wie komplex ist das hier, die Vermessung für anzubieten. Weil wenn du die Schuhdaten nicht kriegst, mag es der größte Need sein. Klar, aber du kommst praktisch nicht vorwärts. Du kommst praktisch nicht durch, würde ich die parken, würde ich die in meinem Backlog packen. Und dann würde ich die nächste nehmen und dann würde ich damit starten. Und ich würde mich auch nur da drauf stürzen. Und würde meiner ganzen Mannschaft sagen, da drin werden wir einfach die Besten erstmal. Weil ausrollen mit mehr Kohle kann man immer noch. Und in die Breite. Aber ich würde da drauf Vollgas geben. Also meine Empfehlung für euch, die ihr natürlich nicht folgen müsst, der ihr nicht folgen müsst, ist nicht get big in eurem Fall, sondern get specialized und dann get big. Und CO2 verstehe ich aus der Sicht und das finde ich einen ehrenwerten Antrieb, aber das würde ich nicht als Hauptasset sehen. Also wir merken auch, für die Schuhhersteller ist das Thema CO2 immer ein gutes Argument, aber den Händler interessiert es eigentlich nicht. Dem geht es nur um die Kohle. Also der will Retourkosten einsparen. Ja. Und wenn du jetzt fragen würdest beim Endverbraucher und ganz ehrlich, und das geht jetzt nicht beim Bier, beim Abends, beim alkoholfreien und alkoholreichen Bier und du würdest fragen, sag mal, was ist dir wichtiger, dass du 32 Minuten sparst, weil du es nicht retournieren musst oder dass du CO2 einsparst? Und du kannst nur eins von beiden tippen. Klar. Dann sind es die 32 Minuten und der Komfort. So. Also, worauf müsst ihr einsteigen? Ja, klar. Ja. Das ist auch wiederum einfacher, Investoren zu verkaufen, weil ihr dann so spezialisiert vorgeht, Nische für Nische. Und ich finde das ganz interessant, wenn man sich auch damit beschäftigt, wie Amazon vorgegangen ist. Die haben auch nicht die ganze Welt erobert, sondern sind Land für Land vorgegangen. Wenn man sich anguckt, wie Van Mauf mit der krassen Bike-Geschichte vorgegangen ist, Stadt für Stadt. Wenn man sich anguckt, wie das Farbfeeds vorgegangen ist, Stadt für Stadt. So, und das heißt Land für Land, Stadt für Stadt. Und bei euch ist es dann Segment für Segment? Ja. Okay. Und wie viel Anteil habt ihr jetzt raus? Also, wir haben 24 Prozent der Anteile bisher rausgegeben. Ja, ist ja auch super für 2,1 Euro. Also, sind wir echt gut gefahren. Genau. Und, ja, ist ja auch mega krass. Das heißt, wenn du jetzt wünschen dürftest, wie viel Geld würde in der nächsten Runde zusammenkommen? Also, wenn du dir wünschen dürftest. Also, dann würde ich eine Series A machen mit Größenordnung 5 bis 10 Millionen. Was würdest du mit einem 5 Millionen machen? Wofür brauchst du? Ist das das Marketing? Ist das die Organisation? Wofür brauchst du das meiste Kohle? Also, bisher ist unsere Burn-Rate komplett bestimmt von den Gehältern. Ja. Und wir müssen jetzt keine 500 Leute werden, sondern wir können den Weltmarkt wahrscheinlich mit 50 Leuten extrem gut bedienen, weil das Produkt halt sehr gut skalierbar ist. Aber sobald wir eben ins Endkunden-Marketing einsteigen, dann wird es natürlich teuer. Also, du hast ja vorhin schon mal genannt, dann 30.000 bis 50.000 Euro pro Monat. Nee, 50.000 habe ich gesagt. Ja, genau. Also, das ist natürlich dann, da musst du dann ein bisschen mehr aufnehmen, um so einen Move zu machen. Und damit, die 600.000 wären nur für Deutschland? Ja, genau. Okay, also, das verstehe ich, 5 bis 10 Millionen Organisationen. Auch das ist ja, finde ich, ziemlich gut, dass ihr da so klar seid mit 50. Wir können mit einer schlanken Struktur. Hast du, wenn ihr das Ganze jetzt macht, bist du schon gedanklich dabei, was man daraus dann noch für ein Produkt entwickeln kann, was gar nichts mit der Schuhvermessung im Ersten, ja? Also, du hast schon eine Idee. Also, ich habe natürlich eine Idee, aber ganz ehrlich, es wird sich alles um den Fuß drehen. Weil es gibt 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten, das heißt 16 Milliarden Füße. Und die erstmal zu versorgen, da haben wir genug zu tun. Aber man kann natürlich neben diesem Thema Size Recommendation, geht es natürlich in Richtung Enabling von Custom-Made-Schuhs im Internet zum Beispiel. Immer, wenn du individualisierst, egal ob das jetzt die Optik von dem Schuh ist oder die Passform, da musst du sicher sein, dass das wirklich passt hinterher. Oder die Schuhhersteller tappen heute ja auch häufig im Dunkeln, warum in einzelnen Märkten ihre Schuhe gut funktionieren und in anderen nicht. Wir können die Antwort liefern, weil wir die Füße dort sehen und auch die Unterschiede. Und da kann man auch viel mit machen, um eben in Summe dieses Passform-Problem zwischen den Füßen da draußen und den Schuhen, die hergestellt werden, einfach zu optimieren. Ja, das ist übrigens auch interessant, weil, das haben wir bei Rose auch gesehen, wir probieren auch viel über Vermessungen zu machen, weil du dann natürlich sagen kannst, was ist eigentlich die richtige L, was ist die richtige XL oder bei Schuhen, was ist die richtige 44 oder 46 oder 42 oder 39. So, das ist natürlich schon ein ultraspannendes Thema und diese Daten dann weiterzugeben und dann ist man irgendwann ein Datendieferant noch zu dem, wie man Passform eigentlich bestimmt. Das nach Ländern und Regionen spezifisch ist natürlich ultraspannend und ich finde natürlich spannend, aber ich weiß gar nicht, wie technologisch. Gibt es schon einen Hersteller, der Schuhe druckt, auf deine Passform ideal perfekt gematcht? Also es gibt ein paar erste Ansätze dazu. Also auch Adidas hat damit ja experimentiert, die haben es momentan wieder eingestellt, aber es gibt ein paar Startups, die das machen. Weil wenn das da der Durchbruch ist, ist das natürlich die notwendige, perfekte Technologie dafür, oder? Genau. Also in Summe ist es halt spannend, die Schuhindustrie hat es halt nie geschafft, einen Standard zu setzen. Also da gibt es quasi keine Norm. Und deswegen brauchst du, also das kennt jeder ja von seiner eigenen Erfahrung, dass du im Schnitt drei verschiedene Schuhgrößen im Schrank stehen hast und je nach Modell kann das auch innerhalb von der gleichen Marke passieren. Bist du eigentlich mal schlecht drauf? Du bist ja ein unglaublich netter Typ. Fredo, ist du ein unglaublich netter Typ? Ja, ne? Was sagst du? Super. Ja, krass. Hörst du? Unglaublich netter Typ. Also die Tage, an denen ich schlecht drauf bin, das sind sehr wenige, würde ich mal sagen. Das können meine Mitgründer, glaube ich, bestätigen. Und ihr seht, ihr könnt euch wirklich bei ihm auch bewerben, weil er ist wirklich ein unglaublich krasser Sympathieträger. Also ich finde das mega. Insbesondere, wenn ihr im Computer Vision Bereich was machen wollt, da haben wir ja gerade einen Job offen. Sehr gut. Und es ist auch total witzig, weil gemeinsam nach vorne, das ist ja immer das Motto. Und so ist ja gerade Jana Linke von NTV über den Weg gelaufen. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, diese Podcast-Folge, hast du eventuell schon gewonnen oder du warst noch medierter. Ja, das heißt, aber es ist witzig, dass du dich zufällig hier und Jana ja sofort sagt, ey krass, seid ihr das? Ich habe dich aber uns beworben. Mega cool. Ja, also mega witziger Zufall. Und ja, toll, dass du hier die Plattform bietest. Ja, es ist halt interessant. In Coesfeld trifft sich die Welt hier. Aus Berlin. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte die Straße heruntergelaufen, bin hier im Nieselregen, mitten hier so im Nebel und Nieselregen und dann komme ich rein und ja, dann sitzt Jana Linke hier. Was hast du uns eigentlich mitgebracht? Bevor wir die Podcast-Folge enden lassen, erklär schnell deine Mitbringsel. Meine Mitbringsel sind Füße. Und weil ich nicht meine eigenen hier zeigen will, habe ich hier die Kunststofffüße dabei, weil wir mit denen über Jahre gearbeitet haben, um letztendlich verschiedenste Lichtkonstellationen abzudecken, verschiedene Untergründe zu ermitteln etc. und unseren Algorithmus immer besser zu machen. Und deswegen, also es ist auch witzig, in unserem Team erkennen wir jeden an den Füßen. Von jedem natürlich die genaue Schuhgröße kennen wir. Wir wissen aber auch, wie die Füße aussehen und was die Besonderheiten sind. Und deswegen habe ich einen Fuß mitgebracht, weil ich das bei uns besonders finde. Ja. Und ihr seht, hier ist ein echter Mann, der Füße liebt und in diesem Sinne ein megacooles Start-up mit so viel... Das könnte jetzt auch fast verstanden werden. ...mit so viel Potenzial nach vorne. Und auch das ist für alle Gründerinnen und Gründer, glaube ich, was ich nochmal persönlich mitnehme. Du fängst an damit mit dem Thema und plötzlich bist du individueller Schuhhersteller. Das weiß kein Mensch, weil wenn demnächst das alles mit Print und anderen Technologien weitergeht, kann es sein, dass das aus eurem Unternehmen wird. Oder plötzlich bist du Datenlieferant, wie die richtigen Passformen sind und du bist Passformentscheider, obwohl du da gestartet bist. Das heißt, was wir da mitnehmen können, niemand weiß, wo die Reise hingeht. Wir wissen nur, wo wir stehen und wir müssen immer flexibel bleiben. Und wir müssen vor allen Dingen so viel von seinem unglaublichen Charme lernen. Also danke, dass du da warst. Und in diesem Sinne... Vielen lieben Dank. Ich sage nicht diesmal Ride On, sondern Walk On. In diesem Sinne. Step by Step. Step by Step, ja. Danke, danke und Ride On. Ciao.